Du hast es satt, ständig Geld an der Börse zu verlieren? Börsenbriefe, Trading Bücher und Tipps von anderen haben dich in deinem Trading Leben nicht weitergebracht? Dann ist es an der Zeit, selber mal die Zügel in die Hand zu nehmen und den nächsten wichtigen Schritt zum erfolgreichen Trader zu machen. Herzlich willkommen zur Trader Academy 2023. In diesem kurzen Tutorial Video möchte ich dir einige Fragen, die du vielleicht hast, zur Trader Academy beantworten. Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, um als Trader langfristig erfolgreich agieren zu können. Die eine Möglichkeit ist, sich jeden Tag YouTube-Videos reinzuziehen, ein paar Bücher zu lesen und selbst vielleicht mindestens ein oder zwei Portfolios zu vernichten, um vielleicht nach, ich würde mal sagen, acht bis zehn Jahren drauf zu kommen, wie der Hase läuft. Oder man nimmt den einfachen Weg, bucht die Trader Academy und schafft es, innerhalb von einem Jahr das geballte Wissen von mir, das ich mir innerhalb der letzten 20 Jahre aufgebaut habe, quasi zu festigen. Ich zeige dir innerhalb eines gesamten Jahres all das, was ich in den letzten mehr als 20 Jahren gelernt habe. Und du bekommst alle Tipps und Tricks, die ich quasi hier mit dabei habe, natürlich auf den Tisch präsentiert. Die Besonderheit an der Trader Academy ist, dass du das gesamte Jahr über an meiner Seite auch gemeinsam traden wirst. Das heißt, du kannst nach jedem Webinar dein Wissen vertiefen, indem du entweder in Ratgebergeld oder in Ride the Bull in Chat an meiner Seite dann auch wirklich die Aktien-Tradest, die wir dann auch in den bestimmten Strategie-Webinaren auch miteinander besprechen. Auch die Lernkurve in Richtung Markt verstehen, Markt analysieren, Trends erkennen, wo einsteigen, wo aussteigen, wird durch das gemeinsame Trading an meiner Seite absolut professionell perfektioniert. Die Trader Academy ist grundsätzlich für jeden geeignet. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder auch sehr erfahrener Trader. Wir beginnen mit den absoluten Basics und das baut sich dann Step für Step immer weiter auf. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Akademie durch, durch das gesamte Jahr über. Und wir lernen sehr, sehr viele Sachen. Die Basics der Charttechnik, die Basics des Marktes, wie sich die Märkte verhalten, damit auch du lernst, endlich auch einmal die Märkte zu verstehen. Wir bilden einen eigenen Strategie- und Businessplan mit dem Erlernten. Da ist drinnen Money Management, Risk Management, wie können wir Gewinne laufen lassen. Und dann natürlich zum Ende des Webinars bzw. zum Ende der Akademie dann natürlich meine eigens in den letzten 20 Jahren perfektionierten Trading-Strategien. Fünf sind es an der Zahl, die ich dir beibringe und da natürlich auch alle Feinheiten. Wie kommst du zu den Setups? Wie findest du die Aktien? Wo ist der ideale Entry, der Einstieg? Wo ist der ideale Stopp, um die Risiken gleich von Anfang an zu minimieren? Wo kannst du Teilgewinne mitnehmen? Und wie kannst du ideal im Laufe der nächsten Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre, je nachdem welche Trading-Strategie du wählst, dann auch geeignet deine Gewinne laufen lassen? Dich erwarten in der Trader Akademie insgesamt 18 Webinare, die in einem Zeitabstand von circa zwei bis drei Wochen stattfinden werden. Für Berufstätige ideal natürlich immer wieder abends. Und die Besonderheit aller Akademie-Webinare ist, du kannst sie dir so oft so ansehen, wie du möchtest. Und auch von wo aus du möchtest. Denn alle Webinare finden natürlich zum einen Live statt und zum anderen werden sie aufgezeichnet. Das heißt, du hast die Möglichkeit, von einem zum nächsten Webinar in diesen zwei, drei Wochen Pause diese eine Sitzung mehr oder weniger zweimal, dreimal, viermal so oft ansehen, wie du möchtest, um quasi deinen Lernerfolg in Richtung 100 Prozent zu bringen. Was absolut Neues an der Trader Akademie 2023, und darauf freue ich mich riesig, ich zeige dir auch die Geheimnisse von den Super-Performance-Aktien. Das heißt, du wirst lernen, wie findet man anhand von wichtigen Fundamentaldaten wichtige Eckdaten, die nächste Amazon, Apple, Netflix, Meta, Google und wie sie alle heißen. Denn all diese Aktien haben statistisch gesehen sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die wir aufgrund von verschiedenen Fundamentaldaten sehr, sehr einfach selektieren können. Noch dazu obendrauf, was ebenfalls absolut neu ist an der Trader Akademie 2023. Nach jedem Webinar gibt es auch eine eigene Prüfung für dich. Da kannst du dein eigenes Wissen testen und schauen, wie weit bist du bereits in der Lernkurve, damit du am Ende des Jahres auf eigenen Beinen stehen kannst und dann ein erfolgreicher Trader in Zukunft werden kannst.